Jingo Medic, meine Freunde, was geht ab? Heute wieder Schätzfragen am Start mit dem lieben Erik, den kennt ihr ja schon. Und heute ist Herr Tatsch am Start. Was geht ab heute? Ja, wir machen das so, der Gewinner, jeder Frage darf den Verlierer mit einer Fliegenklatsche auf die Hand hauen und der Verlierer von allem muss halt ein Senflüppel essen. Ja, Abfall. Okay, erste Frage. Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? Aber ich schwöre, das hat sich auch irgendwo bei Mäus mal. Ich weiß, wie pro Jahr? Ja, Weihnachtsbäume pro Jahr. Weltweit, ne? Oder? Ne, Deutschland. Deutschland. Ja, wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland verkauft? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Das ist echt krass. Gar keine Ahnung. Wenn man schlau ist, weiß man direkt eigentlich. Ja, warte mal, lass ich mal gucken. Guck mal nicht. Ich glaub, das ist viel zu viel, ey. Ja, ich hab's. Warte, warte. Eins. Ja, ich hab auch auf drei. Hast du was? Ja, nein. Warte, auf drei. Eins, zwei, drei. Sechzig Millionen. Sechs Millionen. Was? Ich hab 120.000 Leute. Brunner, was? Etwa 30 Millionen. Ja, ja. Wie warst du? Ich seh jetzt schon. Du kannst das schreiben. Ich hab 60. Achso, ja. Komm, du musst überlegen, wie viele Dings eine Brunner hat. Ich seh jetzt schon, komm, ich bin der Wahrscheinlichkeit. Ich mach mal ein bisschen höher. Ich mach das gar nicht. Handhöhe. So? Ja, das sollst du mal sehen. Tut weh? Seid mal ehrlich? Ich hör, das sieht gar nicht so aus, wenn die tut. Aber tut weh? Okay. Ja, okay. Nächste Frage. Was ist das? Okay, ich setze das an einen Punkt, sagen wir, ne? Einen Punkt. Wenn die meisten Punkte auf einer Hand verlieren, dann haben wir einen Punkt. Aber ihr kennt die Frage schon. Das ist okay. Ich glaub, man das kennt ihr. Ehrlich nicht? Ich glaub, man das kennt ihr nicht. Kennt ihr die Frage schon? Nein. Nein, ne? Woher? Das such ich alles. Ich weiß nicht, ich wollte es auch nicht kennen, Digga. Ich kenn nicht. Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Boah, Liter Bier pro Kopf? Pro Kopf. Also eine Person im Jahr, ne? Ja. Im Jahr. Ja. Pro Kopf. Jährlich getrunken. Gott, dann gibt's so Leute wie ich. Die knallen sich komplett weg. Und dann gibt's Leute, die hier trinken gar nicht. Wo hast du Mittel gehen können? Pro Jahr pro Kopf, ne? Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Ja, okay. Warte, ja. Digga, das ist echt schwere Frage. Okay, ich hab. Pro Kopf. Okay, ich hab. Ja, ich hab auch. Auf drei. Eins, zwei, drei, tausend Liter. 500. Was hast du? Hä? 30 Millionen? Bro, wo hinten die Tür? Ich hab die Jurale gemacht. Eine Person, Bruder, 30 Millionen Liter, Digga. Bruder, er muss ich... 100 Liter Bier. Ach so. Ich bin so lost. Ich bin so lost, ey. 30 Millionen. Toll, Bruder. Er macht 30 Minuten und 1-0. Ey. Weißt du, du musst logisch denken. Um ein Jahr 300, wo man sich so... Mach ich immer noch was. Trinkst die Hand höher, sonst sieht man nicht. Ach so. Ausstreckend. Ich hab jetzt schon mütlang was wieder. Na, aber ich trink mal Hand aus. Ja. Mach das so. Aber mach auf den Knochen. Eieiei. Wie viele Abonnenten hat der YouTube-Channel der Bundesregierung? Boah, das ist glaube ich der Zeit. Das ist überhaupt die Bundesregierung. Okay. Haben die mal YouTube-Channel? Was laden die da hoch? Die machen Minus von Angela Merkel. Okay, hab. Weißt du? Ja. Eins. Warte, okay, warte, warte. Zwei. Drei. Okay, 300.000. Ich hab Millionen, ne? 120.000. 5.224. Alter, was ist das denn? 5.224. Ich hab schon wieder gewonnen. Ich wusste schon, dass das so alt wird. Wie viel haben die? 5.224. Echt, ne? Das ist voll wenig, Digga. 5.000. Wer will die Folgen? Wer will die Folgen? Manche Leute aus Meisus haben mehr. Du willst die andere Hand nicht? Ja, alles gut. Oh! Digga, das zieht mich richtig, ne? Oh, das ist so... Oh, das ist so... Oh, Bier! Mit so fliegen, klatscht die Leute voll dran, Digga. Ich kann nicht mehr. Uff. Wird Spaß? Ja. Wer ist noch besoffen von gestern? Oh, du... Okay, machen wir nächste Frage. Nächste Frage. Nächste Frage. Nächste Frage. Wie viele Teile Besteck gibt es im Weißen Haus? Teile? Teile Besteck. Ich schwör, irgendwo bei Geil Leo hab ich das doch immer gehört. Im Weißen Haus. Also Teile, was für Teile? Ja, so Messer, Gabel, Löffel. Okay, ich hab... Ich hab... Teile? Okay. Ich hab... Warte. Ja. Hast du? Also wenn man beim Esstisch sitzt, wie viel hat's so Besteck? Nein, komplett im ganzen Haus. Komplett im ganzen Haus. Ach so, Digga, ich hab... Ich schwör. Bzw. Ich hatte aber mal 27. Im ganzen Haus, wie viele Besteck? Du hast schon versorgen mal Heim eigentlich. Bruder, ich hab Fragen falsch verstanden. Zwei. 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 Grabiert. Die Zwei. Dann bin ich j theaters. Wahnsinn. Das ist ein Rack! Machen wir uns den Platz hier. Oh, sorry, 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 sorry. Sorry, Kameram. Ey, was räumt gleich? Das geht eigentlich? Das ist okay. Ich glaube, wenn man öfters kassiert, tut er mehr weg. Ich wollte es nicht so neu machen. Okay, hau raus. Wie lange braucht der Schall, um einen Kilometer zurückzulegen? Schall? Was ist das? Schallgeschwindigkeit. Schall? Um einen Kilometer zurückzulegen. Ah ja, ich wollte gerade sagen, Angaben in Minuten oder Sekunden. Darf man sich aussuchen? Ich frag nochmal bitte. Wie lange braucht der Schall, um einen Kilometer zurückzulegen? Ja, okay. Eins, zwei, drei. Wie viele Sekunden? Entweder Sekunden oder Minuten. Okay. Eins, zwei, drei. Fünf Minuten. Äh, fünf Sekunden. Sorry. Eins, zwei. Drei Sekunden. Boah, Alter, war ich knapp. Fünf Sekunden. Fünf Sekunden, ne? Boah, ja! Ja! Richtig! Mal was dran? Du sagst, du untersprichst Spaß, ne? Komm, wir mal wiederholen. Ich bin Hammer mit heute. Let's go, Alter! Willst du treffen? Treff ich wo? Ja. Du bist wie so ein... Er ist wie so ein Stein, Alter. Alkoholigand. Er sagt, Stein! Alkoholigand. Er ist Alkoholigand. Abgehängt, bevor er gekommen ist. Er ist Alkoholigand. Er ist Alkoholigand. Wie viel Einkerbung hat ein Golfball? Er ist Alkohol. Oh, ich weiß. Ich weiß, das weiß ich. Du weißt, ne? Du weißt. Warum? Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Auf drei. Warte, ich glaube ich hab zu viel. Auf drei? Eins, zwei, drei. 128. 28. 36. 336. Ja, ich hab gewonnen, Digga. Was hast du? 28. Ha! Nein, jetzt hab ich immer einen tatsächlich. Wollen wir mal Hand diskutieren? Aber Hand höher. Sonst sieht man nicht. Warte. Ah! Ja, eigentlich. Doch, doch. Doch, doch. Da war gar nichts nach oben. Steinriedels auch immer. Warte, wie viele Fragen haben wir noch? Genug. Nach heute. Wie viele? Mach einfach drei Monate. Wie viele hast du verloren? Zwei Mal? Ein Mal. Du hast schon zwei Mal geziert. Ja, Erik hat schon zwei Mal geziert. Vier Mal. Vier Mal. Vier Mal. Vier Mal. Du kannst ja nicht erzählen. Ist egal. Hast du keine Kamera? Dann sieht man vielleicht. Nein, nein. Und da sieht man bestimmt nicht. Nein. Wie viele Nebelpartikel müsste man sammeln, um einen Teelöffel zu füllen. Was? Nebelpartikel. Was ist das? Nebelpartikel? 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 Ja, ich darf nicht mal die Kamera überstehen. Ja, wir sind nicht quasi. Man fällt jetzt von Stein bis Ende. Nein, jetzt mach ich nicht. Nein, jetzt mach ich nicht. Nein, jetzt mach ich mal weniger. Nein, jetzt mach ich mal weniger. Nein, jetzt mach ich mal weniger. Okay. Weißt du? Nein. Oder was zum Nebelpartikel? Ja, okay, ja. Okay, eins, zwei, drei. 30 Millionen. Verdammt, ich weiß jetzt schon. Sieben Millionen. Sieben Milliarden. Sieben Milliarden. 42.000. Aber das ist doch Fragen, ne? Ja, das waren echt keine Besseren, wirklich. Also, wirklich, ne? Man kann auch mal ordentlich die Fragen nehmen, gell? Warte mal weiter nach Nadalian, damit man so ordentlich sagen kann. Warten wir mal. Ah! Das ist aber ecklich. Ah! Das war richtig ecklich. Ja, ich hol doch hier oben aus. Also wir haben jetzt nur drei Fragen. Jetzt nur drei Fragen. Ja. Aber er hat schon zweimal verloren und settert fünfmal. 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 Ja, das sind sieben. Und drei Fragen noch? Ja, ich hätte gern auch noch bis zehn. Ja, zehn Fragen. Wenn settert jetzt verliert, hat er schon verloren, ne? Ja. Das geht so nicht weiter hier. Ehrlich. Wie lange... Also wirklich, der war richtig. Wie lange muss man ein Straußenei kochen, bis es hart gekocht ist? Okay. Straußenei. Bis es gekocht ist. Minuten, Sekunden? Minuten. Minuten. Eins. Zwei. Drei. Zwei. Drei. Zehn Minuten. Sechs Minuten. Oh, zehn Minuten. Vierzig Minuten. Oh, ey. Das ist ja schon verloren. Bis sie eigentlich nicht rufen Straußenei ist. Ja, wer ist das? Wer ist das? Wer hat das? Ja, okay. Ich habe das. Ja, aber ich habe ja keine andere. Du hast 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 keine andere. Dann lass Xing-Shan-Chan machen, wer schlagen darf. Ihr könnt beide machen. Ich habe nicht mehr. Wir haben beide richtig. Komm. Nein, lass wer. Lass Xing-Shan-Chan machen, wer geschlagen darf. Nein, dann ist die vier. Ich habe das eins. Ja, okay. Xing-Shan-Chan. War was? Xing-Shan-Chan. Ja, genau. Ja, das ist ja schon schön. Oder Serdar, du weißt schon, dass du jetzt einen Schlag bekommst und einen Sämmflöffel essen musst. Du hast gerade dieses... Ich guck nach draußen. Oh Mann. Okay. Mach nicht so. Du betreibst auch. Ich mach mal. Ich mach mal. Komplett. Komm mal, er holt da aus. Ich mach so. Du hast genau auf diese Vene. Komplett. Genau wie dein Name. Vayne. Vayne-Licher. Vayne-Licher. Komm. Das war voll locker. Das war voll locker. Das war voll locker. Siehst du das? Ja. Let's go! Bruder, du hast schon verloren. Achso. Aber wir haben noch zwei Fragen. Bruder, du hast auch sechsmal verloren. Ja, wir machen bis zehn. Er hat zweimal verloren, wir machen nur bis zehn. Das war safe gefakt. Nein, ich schwamm alles. Ich wusste das gar nicht. Ohne Wiss. Ich schwamm alles. Du hast seit bis zehn. Ja, du hast sechs. Ja. Nein, du hast zehn Fragen. Nein, einfach noch eins. Komm. Wir machen zwei Ehrenfragen, okay? Hä? Komm. Wir machen jetzt einfach alle Fragen zu Ende. Achso, ich kann gar nicht mehr gewinnen. Nein, kannst du nicht. Oder auch nicht mehr? Dann verloren. Dann verloren. Wo ist echt das Essen jetzt? Ja. Noch nicht gleich. So. Das ist ja gleich. Ich geh jetzt. Da kommt sowas eigentlich ab. Ohne Wiss. Wie gerne. Du trinkst das Wasser dann oder so. Ein Löffel oder was? Ja, ein so Löffel. So wie es. Schön. Okay, mach. Mir ist feinig. Wie schwer kann eine schöne Wetterwolke werden? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ist das so eine Wolke, die gut aussieht oder was ist das? Wie schön kann sie werden? Nee, wie schwer. Wie schwer. Kilogramm oder Tonnen. Wie schön. Was? Okay. Eine schwere Wetterwolke. Schön. Achso. Wetterwolke. Okay, eins. Warte, 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 warte. Zwei. Warte doch. Warte doch. Okay, eins, zwei, drei. 150.000 Kilo. 17 Kilo. Fünf Kilo. Tausend Tonnen. Hä? Das macht doch keinen Sinn. Das steht doch mal aus. Das ist eine Wolke. Wie viel hast du? Wie viel hast du? Fünf Kilo. Ja, das war ein Schlag. Warte, wie viel Tonnen? 1.000 Tonnen. Ja. Ist das so viel oder was? Ja, weiß ich nicht. Das steht hier. Ich hab 150 Tonnen. Ich dachte mir so, ich dachte so eine Wolke ist ja Wasser und so, ne? Aber es ist ja... Ich weiß nicht mal, wie man die wiegen will, genau. 1.000 Tonnen. Wahrscheinlich. Das spielt ja geschehen aus Wasser. 1.000 Kilogramm. Ich hab 150 Tonnen. 1.000 Tonnen? 1.000 Tonnen, ja. Achso, hab ich gewonnen. Ja, hab ich gesagt. Rettika, du fassbar. Ja, mach nicht. Abhol. 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 Bruder, was soll ich machen? Und der Glock also erstmal dabei Fake. Safe Fake. 100% Jetzt aber, ich zeig den Jungs das. Das ist Fake, ne? Nein. Sie sagt ja, safe. Ich hab gesagt nein, ich zeig euch das vorher nicht. Bruder, wollt ihr euch wissen, was dieses schöne Wetterblock ist? Was dieses Nebelpartikel, der denkt ihr, ich bin Ingenieur oder Chemiker oder was? Was ist das denn? Ingenieur, weil ich höre im Wetter wollte. War schon gar nicht so. Dreck noch. Bist du recht? Den letzten machen wir vollem Wuchte. Macht doch jetzt! So, ey, da. Er macht nie wieder mit. Digga, ernst, sieben Mikes. Ich glaub, sie wird langsam. Nimm doch andere. Ey, letzte Frage, ne? Komm, komm, komm. Letzte Frage machen wir einmal durchziehen jetzt. Okay? Komm. Letzte Frage. Du, du, du. Ja, ist nicht. Ach. In welchem Jahr gab es den ersten selbst gebastelten Adventskalender? Die Batsch, noch voll. Selbst gebastelten? In welchem Jahr? Ja. Den selbst gebastelten? Also einer auf der Welt hat es selbst gemacht? Ja, kam auf die Idee. Ja. Okay, dann mach ich so. Ja, schau ich so. Okay. Aber, na, ich mach anders. Irgendwann hundert Selfie gucken. Nein, ich hatte nicht lustig. Ich hatte, aber... Ich überleg grad so irgendein... Mach jetzt, zeig. Okay, warte mal. Okay, ich hab... Auf drei, eins, zwei, drei. Ich hab 300. Hä? Was? In welchem Jahr? In welchem Jahr? Nach Christi. Ja, dreimal. Okay. 1800. Was hast du? 1851. Ja. Wuuu! 1850? Ja. 1923. Nico, komm. Einmal durchziehen auf die... Bruder, halt die Fresse, Dicke. Mach mal richtig bei dir. Einmal mit dir rum, Bruder. Da bitte man... Wecker, was du... Ey, mach mal ein bisschen... Nein, doch nicht da. Mann. Bruder, das tut Hammerweh. Wir haben vorhin einmal mit Kochlöffel gemacht. Vorbei. Na doch, Mann. Nein. Dann hab ich lieber einen Foxen. Einmal. Nein. Ah, okay, okay. Du darfst nochmal... Oh, das ist Hammer, ecklig. Noch mal? Ja, aber ich war nicht weggezogen. Alles okay. Aber ich mach lieber dir. Ich will, dass es nicht unnormal ist, Herr Dicke. Uiiiiiiiiiih! Uuahhhh! Warte, was ist heute? Du musst selbst überlessen. Das ist grandzucker. Aber ja, egal. Ich bin gar nicht. AHH, ich schwöre siebenmal ist wirklich krass. Ja. Ich meine, das ist vollzuhlisch krass. Erst stein! Ich bin gar nicht scho mal dran. Das ist keine Mission oder so. Das ist Eisteak. Okay. Bist in Havanna, oder... Ich hab das noch nie in meinem Leben gemacht. Noch nie. Ich würd das vorher einfach umrühren. Ist das vergammelt? Nein. Du musst ein bisschen umrühren einfach. Sieht man das? Was ist das? Das ist Wasser. Ist das normal? Ja, das ist normal. Er tropft einfach auf den Tisch. Das ist normal. Deswegen sag ich, du musst das vorher einfach umrühren. Soll ich dich für dich umrühren? Wollen wir einen Eimer holen? Wollen wir einen Eimer holen? Ich bin echt empfindlich, was das angeht. Ich bin normal empfindlich, was das angeht. Hol mal lieber Eimer, sonst wird's nicht. Ist das scharf oder was? Nein, das ist mittelscharf. Ehrlich jetzt? Ich kann scharf nicht ab. Ist sogar mittelscharf. Ja, ja. Da kommt doch kein Scharf. Ey, das steht richtig. Bruder, ich gebe dir. Bruder, Sam, was soll ich machen? Bruder, du ne? Ich hab einen Eimer. Ich hab einen Eimer. Du ne? Ja, so sieht man das. Hier, bitteschön. So, ne? Machen wir ein bisschen mehr. Ach, Nico. So? Ja, ja, so ist gut. So? Ja, ja, so ist gut. Aber ich hab den Mund rein. Und dann kommst du raus. Hör auf mich so anzugucken. Mach, du musst das nicht essen. Ich hab nur Mitteln. Los. Guck, glatt rein, Digga. Und einmal schön, dass Löffel leer ist. Wo geht einmal? Dass Löffel leer ist. Am besten gleich unterstucken. Bruder, ist es jetzt mal ein Senf, Bruder? Schluck runter, Bruder. Schluck. Schau nicht. Trink doch was. Bruder, trink ein Glück. Das scharf, ey. Er freut sich stein, freut sich in die Liga. Das ist nicht geil. Das schafft. Okay, Leute. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst ein Link da, lasst ein Abo da. Wir kommen mit zum nächsten Mal.